Kita am Sommerbad fängt auf, das kommt zu dir. Es kommt zu dir. Wir sind hier in der Kita am Sommerbad in Kreitz in einer thüringischen Kleinstadt und haben aktuell 79 Kinder. Es geht uns darum, jedes Kind unvoreingenommen anzunehmen, wie es ist, mit jeder Familie genauso umzugehen und dafür zu sorgen, dass die Kinder einen geschützten Rahmen haben, in dem sie gut aufwachsen können. Wir bauen jetzt ein Auto. Zur Verfügung steht ein großer Garten, verschiedene Sandkastenbereiche, eine Rollerbahn. Ich habe ganz viele Lieblingserzieher. Wir sind hier in unserer schönen Gartenvilla und die Kinder haben die Möglichkeit, hier mit mir gemeinsam Kinder-Yoga zu machen und kleine Entspannungssequenzen. Und es kommt sehr gut an. Ich habe Yoga gemacht. Ja, Eltern sind bei uns eingeladen, in der Kita zu verweilen und dem Spiel ihrer Kinder beizuwohnen. Ja, wenn man eine Schnecke auf der Hand hat, ist die meistens so klitschig. Wir sehen eine Vielfalt bei uns als ganz wichtige Ressource und wollen in Zusammenarbeit mit den Kindern natürlich auch erfassen, welche Bedarfe haben die Familien, um da ganz klar darauf reagieren zu können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020